Musik Oh, hinter dir ist einer Ja, du müsstest den wegmachen Der kommt ange... Rant Angel Rant Gremlin Au Oh Gott, er kommt Ja Er kommt Er rennt Ich... Ich renne Er rennt mich um Moment Was auch immer das jetzt war Ich glaube, er hat Panik gekriegt für irgendwas Ja, von mir Ich bin ja auch ein Tier Hey, jetzt hat sie rennt Weißt du, wie einfach die Mission jetzt ist? Dadurch, dass wir zu zweit sind? Hm Easy going Easy going Es ist halt echt Ich glaube, warum ich das Ei vorhin fallen gelassen habe, soll ich es dir sagen? Ist gesprungen Nein Nein Meine Ausdauer war alle und deswegen habe ich mein Ei fallen lassen Oh nein Richtig dumm Ein Ei Haben wir Halt Zurück zu klein Willst du es diesmal schnabulieren? Yep Da unten ist auch wieder voll Produzieren immer so schnell viele Kinder nach Mhm Moment, ich gehe jetzt mit mir ein bisschen gucken Irgendwelche interessante Sachen Zwei sind tot Einer rinnt weg Du darfst Okay Ich nut jetzt auch mal ein bisschen Okay Du brauchst beide Hände um große Objekte zu tragen Oh, da kommt schon wieder einer aus dem Busch raus, behalte ich Das ist für die Lieferung vor Jetzt der andere nämlich kommt, lauf! Renne Ah Ja, der hat dich umgerempelt, wahr? Nein Hilfe Don't hurt me Da ist noch einer Jetzt lauf weiter Du musst irgendwie nach oben kommen jetzt Jetzt lockst du die alle an, weil du da rumgammelst Hm, was interessant ist, meine Maus ist Ja, im Moment Oh nein, oder? Gewechselt Pass auf, dass du es einig fallen lässt Oh, hier ist eine Grille Ausdauer Oh, ich möchte gerne so eine Grille mitnehmen Ich habe beide Hände voll Und, safe So, wo muss ich das reinstecken? In die Kiste, oder? Wo hast du es hingetan? Ja, ja, in die Kiste musst du es reinlegen Vorwärtsdrohe Ei, liefer Einfach nur zum Lager zurückkehren Kann nix auswählen Achso, bestätigen Ich bin aktuell ins Lager zurück Ja Wunderbar Schnell Mal die Maus Ich habe meiner Katze gerade den Salami gegeben Was? Okay Als Belohnung kriegen wir ein Stahlei Ha, Balls of Steel Was? Was? Pflanzenfresserei Pflanzenfresserei Neue Zutat Nice Ich gehe mal gucken, ob die da unten Vögel haben Hehehe Jupp, bin auch gleich da So ein Flauschuh Flauschuh Bist du da? Tatsächlich sieht das nicht so aus, als hätten die Flauschuh Hine auf dem Rücken Ne Aber vielleicht die unten Da ist das Kaktus-Ding schon wieder Wo? Ich renne es hinterher Vielleicht rennt es ja irgendwo hin Ja, das dachte ich mir auch gerade Ich weiß nicht genau, wo er jetzt hingerannt ist Ich sehe ihn nicht auf der Karte Den siehst nur du Der ist weg Komisch Ne Aber ich sehe Ja Aber ich sehe keinen Ausruf Was ist denn der? Hä, der Kaktor steht wieder an der gleichen Stelle, wie er vorher stand Da oben ist aber einer rumgerannt Komisch Vielleicht ist es ja einer von diesen Lebenwesendingern, dem man hätte folgen müssen So wie ich vorhin der Katze Könnte sein, aber ich habe den jetzt außen auch Gekritzel Gekritzel Gekritzel? Lack da auf dem Boden rum Konnte ich nicht Hier bei dem Typen, hier, da, diese Pfote hier, vor deinen Füßen Ja, die sehe ich nicht Ja, hast du schon Ne, ich habe hier noch gar nichts Du musst sie ja haben, wenn du sie nicht siehst Denn weiß ich nicht Oh, hier ist Steht da der Kaktor auf dem Stein? Äh Welchen Stein Ja, ich sehe den Ja, ich sehe ihn auch Lass mal hingehen Lass mal hingehen Dann ist er dahin gerannt Hallo, Mr. Kaktor Was haben wir mit dir reden? Kaktor Ich habe ihn getreten Wow Aua 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 Ich verstecke mich mal hier oben Aua Das passiert, wenn du ihn trittst Ey, renn weg! Da ist er! Rent ihn hinterher! Hinterher renn! Wo ist er? Wo ist er hin? Ich weiß nicht in die Richtung Kann sein, dass er da lang gerannt ist Ich weiß nicht, wo lang gerannt ist Oh, blaues Erz Oh, blaues Erz Födern 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 Ich würde nicht so auf ihn zulaufen Schau mal ab Wow Schau dir mal diese Herren an Tschüss, Beyoncé Hoffentlich hält das deine Ausrüstung aus Sonst wirst du aufgespießt Ich bin hier drin und verstecke mich Ich hole mir hier das Lager Blau Dann komm zu mir Der frisst hier irgendwas Direkt neben mir Er soll weiter Ja Ja, geh weg Komme Da Oh, ein Hüpfgubi This looks like a goldfish I angled Los goldfish Catch it Moment Noch ein Christ A A Warum jetzt auf einmal A D D D Warum auf einmal D Dieser Ort wird sicher Beeignet sich perfekt um ein Lager aufzuschlagen Oh Eigentlich wollte ich nur den Goldfisch haben Stimmt, da können auch manchmal seltene Fische drin sein Mhhh Mhhh Das ist ein riesen Fisch Da 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 Ich glaub der Tote, der Goldfisch mag den falschen Köder einfach nur nicht Ist egal Ne, der bin ich anbeißen Ach den da hinten Vielleicht direkt mal drauf Jetzt hat er Angst gekriegt weil ich ihn bewegt habe Was mach ich wenn ich ihn bewege? Nicht die Fische anlocken Oh nein, der war, ach Nein Ich hatte ihn fast Nochmal Vergoldete Schuppe habe ich gekriegt Nice Vergoldete Schuppe Hm, nice Ich angel schneller als du Ja Hol's einfach Dings raus Moment Netz Sind weg Ach damit kann man immer nur ein Fisch fangen Mit einer Angel kann man alle rausholen und dass man die verschiebt Verdingst Ah, verstehe Hier sind noch ganz viele Kennst du die schon? Ach, Hüpfgebie Das sind die, wovon du geredet hast Aber die Stelle kannte ich noch gar nicht mit Lager Ist die neu? Keine Ahnung Wir brauchen auf jeden Fall diese roten Kristalle auch noch Ah, hier unten ist das andere Lager Tiger sagt, ich habe eine dringende Nachricht für dich Jetzt nicht, was denn? Also, deine Katze Ja Ihhh, was ist das für ein ekliger Käfer Komme Da kommt was zu dir Köderkäfer, ah Das kommt zu mir Oh, ganz viele Eidexis Gotta catch them all Komm Häh Ach doch nicht, du bist woanders lange Lange lang Ein Prisma Horn Dawn Keeper, ok Dann müssen wir wohl in die große wüste wieder nicht hin da ist ein großes Vieh nicht. Ah guck mal hier ist das Nest von dem äh ein Vieh wo man Eier klauen kann. Ja ob er das toll Da müsste das der echte Ratados oder wie das Vieh jetzt heißt sein Das ist ja relativ in der Nähe von einem Spot. Ja theoretisch ist es easy aber du musst halt den Wirwern irgendwie ablenken weil sonst bist du auch am Arsch und wenn du das nicht kannst bist du als Einzelspieler halt schon wieder am Arsch. Jo Bist du schon unten? Ne ich bin schon oben. Hä? Ah Er ist mal aufm Viech getreten Irgendwas greift daher der ich glaube der Diabolo greift da hinten irgendwas an ist gerade weggeflogen wahrscheinlich geflüchtet Wollen wir ihn nie unter hier? So Da sind ja noch Piskale Ja wir müssen irgendwie nach da unten Nur der Boy ist halt auch gerade da unten Nur der Boy ist halt auch gerade da unten Da gab es nicht mehr rote Kristalle auch? Ja ich glaube greift richtig unten drin meine ich Wir müssen aufpassen dass wir ihn jetzt nicht wecken, ne Der ist hier Der ist irgendwo da Aber Er ist sauer auf mich Ach Quatsch der sieht dich nicht Ach nur hier lang passt Das ist das Nest von dem Boy Da geht er bestimmt nicht rein Wusst Ist ja nur das Nest von dem Boy Was gut hast du da? Aber du hast schon Ich weiß nicht Eine Frucht Weißt du was richtig doof wäre? Hm? Wenn du uns jetzt einfach runter gehen würdest und snacken würdest Das wäre ungünstig Ach stimmt es geht ja Ne geht der jetzt hoch oder runter? Weiß ich Warte Ach der ist hochgegangen Kommt wieder runter Oh Gott Warte auf mich Oh Nicht auffallen Nicht auffallen Ins Gras hocken Ich hab doch nen Gulli anzug Schreit er dich so an? Ich bin versteckt Ich hab nen Gulli anzug Ich hab ein Monster entdeckt Diese kleine Katzin war süß Was? Hat gerade ne von Diabolos ne Katzin gekriegt Okay Kommt der auf ihn zu? Ja Fuck Ich bin nicht da Ich bin nicht da Das war ein One Hit Ich muss los Oh wow Und äh Master Schlecher Hi Äh nein Wir sind hier eigentlich nur am rumlaufen Wir sind ein bisschen an äh Items sammeln Den 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 Diabolos machen wir grad nicht Dafür sind wir noch zu klein Zu winzig Wir sind grad am Farmen Damit wir die teuren und coolen Sachen freischalten So wie ich die Forscher einst erforscht hatten Oh der Boy ist daheim Wer ist zuhause Ich will jetzt wissen was das für ein bisschen ist Und wieder irgendwo Wo ist sie? Bist du zuhause? Ich weiß sie Ich hab dich gehört Er würde sich was anderes zum kuscheln suchen Ja der ist richtig mies Äh Ach da gehts lang Ja Ne ich hab mich verlaufen schon Dieser Moment wenn du irgendwie Woanders hin willst Aber nicht weißt wohin gehst Ja Und einfach da langläufst In der Hoffnung dass du richtig bist Und genau das ist mir grade passiert Komm zu dir geschnullert Ah ich bin beim Wasservieh Das wollte ich auch noch töten Lass es mal ne Runde fertig machen hier Okay Hallo Wasservieh Ich würde dich gerne ne Runde fertig machen Und hier sind Fußspuren die ich nicht kenne Wie es mich einfach ignoriert Ist seiner nicht würdig Äh gleich da Mit was mach ich nochmal die Luftangriffe weg Dass der mich nicht blockiert kann Was brauche ich dafür nochmal Äh Ich glaub ihn Sicher? Ich hab gedacht Tobi Tobi brauchten wir Ah ja Aber ich bin da Wie liebevoll er doch gleich behandelt wird Oh ja Ja Auwe Auwe